1, 2, 3, ich nehme das jetzt mal mit. Ich schaue es mit Gold aus. Okay. Dann brennen wir das. Vielleicht haben wir ja Glück und unten sind die Öfen schon wieder fertig. Jawohl! Haben wir denn zu viel Platz? Müssten wir eigentlich. Ach, warte. Jetzt. Unten. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, und dann. Legen wir wieder los. Okay, das brennt schon. Weil dann können wir unterwegs nämlich hier dann die Steine machen. Stufen brauchen wir. 22. Ach nee, hier gucke. Zack, 61. Das genügt. Am, 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 am. Ach ja, ich bin schon so ein bisschen in Vorfreude auf morgen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Einmal hier zum Gucken, wie denn, wo ist denn das Eisen? Hier, Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Eisenerz. Also wirklich Aufnahmen, wo ich mir dachte, lädst du hoch oder sowas. Habe ich ja noch nicht so gemacht. Deshalb bin ich da mal gespannt. Und, äh, zum zweiten auf das Gerät. Da habe ich, äh, Vorfreude. La, 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 la. Vorfreude. Ist eine der schönsten Freuden. Und ich muss ja hier ins Wasser. Plopp. Gut, dann pass mal Obacht. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier schön brav ein paar Steine. Ich muss diesen Zweier-Stack da irgendwann jetzt mal loswerden. Das ist ja... Nervtötend ist ja das. So, dann verlegen wir hier das so. Dann geht das hier nochmal hoch und dann ist das schick. So, dasselbe machen wir jetzt mal drüben auf der anderen Seite. Und dann schauen wir uns das Gesamtkonzept mal an. Und sagen entweder ja oder ne. Eins von beiden. So, komm. Das hier geht bis nach unten, der erste. Bis auf den Grund der Tatsachen. Oh, den Lehm, den... Ne, der bleibt ja frei. Wollte gerade sagen, bevor wir hier irgendwas zubauen, muss der Lehm raus. Aber da frei bleibt... Jetzt habe ich jetzt einen Fehler... Ne, habe ich nicht. Sehr gut, fehlerfrei. So, da... Und dann sind die schon wieder weg. Zack, ist ein Stack Steine weg. So schnell kannst du gar nicht gucken. So, jetzt muss ich aber drüben mal gucken, auf welcher Höhe haben wir denn überhaupt angefangen. Auf der hier, ne? Genau, und dann kommt der Halbklotz da mit drauf, oder? Ja, genau, Halbklotz. So, Halbklotz, Ganzklotz, Halbklotz, Ganzklotz, Ganzklotz, und dann geht das 1er-mäßig weiter. Weißt du, jetzt habe ich... Äh, jetzt müsst ihr einleuchten, was für ein Design ich hier in der Brücke jetzt nehmen möchte. Könnt ihr die diversesten Designs mal ausprobieren bei Brücken? So ganz allgemein. Haben ja Zeit. Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie in Eile wären oder so. Oh mein Gott, ich muss das schnell beenden. Nein. Von Beenden spricht doch gar keiner. Mein Schatz. Nein, wir werden es ihnen nicht sagen. Hm, schizophrene Leute. Oh, ich hatte mir... Wann war denn das? Ich glaube, vor zwei Tagen, als ich hier bei meinen Eltern mal zu Besuch war, hatte ich mir... Da ist mir irgendein Furzthema durch den Kopf gegangen, wo ich mir dachte, darüber müsstest du eigentlich mal reden. Das, äh... Könnte vielleicht den ein oder anderen mal... Oh. Ein bisschen interessieren. Aber, ja, wie so oft habe ich nichts zum Notieren dabei gehabt. Und, ja, das Wissen auf ewig verloren. So, mal gucken, wie wir das hier noch lösen. So. Müsste eigentlich ganz gut aussehen, in der Theorie, wie gesagt. So, jetzt brauchen wir unsere Stufen wieder. Die 61 müssten eigentlich genügen. Dann geht das hier los. Nicht absaufen. Und dann hier so. So, und dann können wir uns das quasi gleich mal angucken. Ob es denn einer schwarzen Bergfestung zugangswürdig ist. So. Gehen wir mal auf die Insel hier. Du bist hier viel am Platz. Ja, ich würde sagen. So schlecht schaut das doch gar nicht aus. Als Zugangsbrücke kann man doch lassen, oder? Was sagt ihr? Hm. Das sind jetzt noch eins... Okay, drei Schichten. Da machen wir nichts. Da machen wir nichts. Da werden wir hier höchstens noch ein bisschen Erde hinfüllen. Dann haben wir da... Da füllen wir hier höchstens noch ein bisschen Erde auf. Formen vielleicht hier noch das ein oder andere. Ein ganz klein wenig. Ach, kommt den einen, den boxen wir jetzt einfach irgendwo in die Gegend. So. Und dann haben wir quasi hier unseren... Offiziellen Zugang zur schwarzen Bergfestung. Huhaha. Ein Meilenstein wurde gelegt. Vor allem das hoch genug, dass man sogar mit dem Pferd durch kann. Okay, ich dachte gerade, das wäre nicht mittig. Das wäre ein Skandal gewesen. Wenn es nicht mittig gewesen wäre. Ja, und hier geht halt dann ganz normal ein Weg weiter. Da machen wir halt ein paar Treppen hoch und der führt danach... Ins... Ins... Ach, was weiß ich. Nach überall und nirgends. Das kennt man ja. Äh... Neues Werkzeug haben wir nicht dabei. Aber... Tja, wir haben noch ein sehr, sehr... Also ich habe noch so ein sehr leidiges Thema vor mir. Das, äh... Hier innen. Aber dafür brauchen wir... Was haben wir da genommen? Eichenholz, ne? Da brauche ich Eichenholz. Eichenholzstämme. Warte mal. Wir könnten eigentlich hier... Wir haben ja hier die Stufen, die Stiefleins und die Dinger. Bett haben wir auch hier. Dann könnte ich ja in der Theorie hier drüben schon mal dann das Ding hier soweit kompletieren, sag ich mal. So, du kommst jetzt erstmal woanders hin. Ach cool, jetzt haben wir zwei. Naja. Dich stelle ich jetzt einfach mal poppenfrech daher. Damit du nicht immer im Weg stehst. So. Zwei Stück. Die zwei hier kommen weg. Uuuh. Da kommen dann Treppen hin. Die beiden Treppen, die haben wir schon. Dann kommt ein normaler Klotz und dann kommen Gegentreppen. So, warte mal. Gegentreppen. Da müssen wir ein bisschen improvisieren. Da nehmen wir am besten... Was nehmen wir denn da am besten? Kies ist scheiße. Obwohl, nee. Kies... Kies geht. Kies geht. Geht, geht nicht. Geht, geht nicht. Blinker kaputt. Ach scheiße, nein. Kies geht nicht. Ich trottel. Naja. Dann gehen wir jetzt halt eine Runde schlafen. Und ich tränke nochmal was. Gute... Warte. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. So. Hei, hei, hei. Da, 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 da. Das ist so... Das ist natürlich... Ach komm, dann nehmen wir einfach einen stinknormalen... Äh... Gedönsdings da hier. Die kommen auch noch mit ins Inventar. So. Hier kommt ja eine normale Stufe hin. Das hei... Sauber, ja. Super. Ich glaube, ich sollte vielleicht erst die Treppe machen. Gut, dann leeren wir jetzt erstmal den ganzen Inventar. Krimskrams, was wir eh nicht brauchen. Den schmeißen wir jetzt endlich mal ins Lager, dass ich mal wieder ein bisschen Ordnung im Inventar habe. Das kann ich ja gar nicht haben hier. So eine Unordnung, so eine unübersichtliche Krimskramstruhe, was sich Inventar schimpft. So, haben wir denn Sachen, die nach unten gehören? Irgendwie hier drinnen lagern. Hähnchen zum Beispiel. Äh, wie ist denn das mit Mackenmercreme? Da haben wir unten noch nichts, ne? Hm. Da muss ich demnächst... Oh, jetzt... Entschuldigung, bin ins Mikro gekommen. Äh, muss ich demnächst auch mal gucken, was ich denn da mache. So, dann würde ich sagen... Äh, hinab, 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 hinab. Ja, wuff. Äh, so. Pass mal auf. Hier ist der Setzlinge. Dann brauchen wir Eiche. Äh, wie viele Eichen? Nicht mehr allzu viele. Äh... Boah, ich glaube, wir müssen bald mal eine Tour machen, Freunde. Habe ich schon irgendwo Wolle? Ja. Wolle, 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 Wolle. Ach, wo da nicht denn hin? Weiße Wolle ist doch gleich hier vorne. Weiße Wolle. So, wir haben Eiche. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir vielleicht... ...mit unserem Glück ein klein wenig vorankommen. Das Eisen brennt vor sich hin. Der Tag eiert auch so vor sich hin. Und wir eiern auch so vor uns hin. Ne, unten fangen wir am besten an. Ja, doch, unten. Nicht so weit unten. Mano. Was ist denn da? So. Dann können wir da innen drin ja noch ein klein wenig ausheben. Also nicht allzu... Wo will ich denn hin? Nicht allzu viel. So, lass mal sehen. Das sind ja dann hier, äh... Schlecht abzuschätzen ist das hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs Stück, wenn ich das richtig sehe. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ne, fünf. Einer. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh. Jetzt geht's mir aber auf den Keks. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Und hier. Der da. Äh... Mann, das kann doch nicht. So. Der hier ist der hier. Ach, das sind... Jetzt macht das Sinn. Hä? Oh Mann. Gut. Ich bin nicht so doof zum zählen. Ich hab mich nur verguckt. So, und wie fahren wir hier Platz? Eins, zwei, drei. So. Das war ja einfach. Dann machen wir... Eigentlich müssten wir in der Theorie... Von der anderen Seite her kommen. Aber... 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 Hm. Der Gang hier, das ist ja nicht mittig. Der ist ja nach drüben versetzt. Äh. Zwei Platz. Gott, ist das kompliziert. Gott. Hier haben wir zwei Platz. Hier haben wir nur einen Platz. Also... Kommt die Treppe rüben, drüben hin. So, ich hoffe, ich hab jetzt keinen Mist erzählt. Eins, zwei, drei. Wieso ist hier eigentlich... Achso, das ist hier unser Gang nach oben gewesen. Können wir verschließen? So. Also... Zwei... Drei... Vier... Fünf. Jetzt haben wir natürlich auch kein Koppel dabei. Äh. Wir haben auch keine Dingsstufen. Mann, Mann, Mann. Ach, warte mal. Hier können wir aber zumindest schon mal zumachen. Und hier hinten platzieren wir einfach noch Fackeln, damit da auch nichts spawnen tut. So. Gucken wir mal. Da haben wir eine Werkbank. Machen wir uns mal schnell ein paar Stiefchen. Sechs Stück sollten in der Regel genügen. Und dann kommen die quasi da so her. Gut, jetzt muss ich schon wieder spionieren gehen, wie ich das gemacht habe. Oh. Eine Arbeit ist das. So, die beiden. Dann ist da ein Holzblock und dann gehen die restlichen Treppen hoch. Halt. Zwei breit. So. So. So, ganze Blöcke. Mit ganzen Stücken. Yeah. So, dann kommen hier eins, zwei. Jawohl. Haha, es hat funktioniert. So, dann kommen wir jetzt. So, dann kommen wir jetzt.